Jeden Tag wird aufs Neue lebhaft diskutiert, wie es zu den Verwerfungen auf den internationalen Finanzmärkten kommen konnte. Und alle Experten, die echten und die selbst ernannten, die die Krise nicht kommen sahen, obgleich ein Blick in die Wirtschaftsgeschichte genügt hätte, waren abgetaucht, sei es aus Scham oder aus Opportunismus. Jetzt sind sie wie Springteufel wieder da und wissen schon genau, was kommen wird. Erstaunlich ist, mit welchem Gleichmut das Publikum dieses Schauspiel erträgt. Jetzt, da ganze Staaten in Konkurs gehen könnten und die Krise die Realwirtschaft erfasst, könnte mal ein Experte gefragt werden, der als ausgewiesener Topograf der menschlichen Seelenlandschaft gilt. Es handelt sich um keinen Geringeren als Johann Wolfgang von Goethe, nicht nur Literat und Weltbürger, sondern auch Finanzminister in Weimar. Im Rahmen einer Veranstaltung der Goethe-Gesellschaft im erzgebirgischen Bad Schlemer hielt der ausgewiesene Goethe-Experte, mehrfache Buchautor und ehemaliger Generalsekretär der Humboldt-Stiftung Dr. Manfred Osten einen bemerkenswerten Vortrag zum Thema Goethe und die Lebenswissenschaften. Der Olympier, wie ihn Geisteswissenschaftler gerne nennen, hatte selbst Bad Schlemer im Jahr 1786 besucht und war, als begeisterter Geologe, sogar in eine der zahlreichen Erzgruben eingefahren. Das Kurstädtchen, bekannt für seine Radon-Quellen, hat nach der Wende eine erstaunliche Wandlung durchgemacht. In DDR-Zeiten Mittelpunkt des erzgebirgischen Uranbergbaus wurde die Landschaft mit Millionenaufwand renaturiert und so präsentiert sich Bad Schlemer heute als schmucke Destination für einen Kuraufenthalt. Dass Goethe besonders heute für so manch ratlosen Politiker oder Ökonomen, der nicht weiß, wie der ausufernden Krise beizukommen ist, ein hilfreicher Ratgeber sein kann, erwies sich im Interview mit dem Experten. Was hätte Goethe eigentlich heute angesichts der Verwerfungen getan, konkret? Goethe selbst ist ja, das haben Sie noch nicht erwähnt, zu seinen vielen amtlichen Tätigkeiten gehört ja auch das Ressort des Finanzministers. Goethe ist ja derjenige, der etwa die Schuldenlast geerbt hat, wie wir sie vergleichsweise heute in Griechenland erblicken. Nämlich in Höhe von etwa 130.000 Talern von seinem Vorgänger. Also eine riesige Schuldenlast. Er hat also bereits gewusst, was wir heute treiben, nämlich Schuldenakrobatik als Leistungsfach auf Ebene des Staates. Das heißt, sein Vorgänger hatte Schulden angehäuft, die nun Goethe abtragen musste oder vor der Wahl stand, sie im Grunde fortzusetzen. Diese Politik und Goethe hat rigoros diese Schulden abgetragen, hat also das getan, was heute einer Tagesordnung wäre, hat aber gewusst, dass im Grunde diese Möglichkeit außerordentlich geringe Chancen hat des Sparens, weil der Konsumverzicht, überhaupt der Verzicht dem Menschen oftmals sehr schwer fällt. Weshalb der Marschalk auch im Zusammenhang mit der Erfindung des Papiergeldes sagt, welchen Unheil muss auch ich erfahren, wir wollen alle Tage sparen und brauchen alle Tage mehr. Goethe wusste, dass also die Forderungs- und Anspruchsgesellschaft wahrscheinlich dominieren wird gegenüber den Ansprüchen und Notwendigkeiten des Sparens. Er hat es aber seinerseits geschafft, hat den Militärhaushalt zum Beispiel um die Hälfte reduziert und viele andere Umwidmungen der Arbeitskraft geschafft, sodass also diese Schuldenlast ganz erheblich reduziert worden ist. Inwieweit ist eigentlich die Gier eine Folge der Forderungsgesellschaft, wie Sie es nennen, oder könnte man sozusagen wirtschaftshistorisch sagen, zyklische Krisen sind dem Kapitalismus immanent. Es gab ja auch Nelken-Spekulationen, South Sea-Bubbles und ähnliches mehr. Also die Gier ist ja bei Goethe, hat eine zentrale Bedeutung bereits im Augenblick der Erschaffung des Papiergeldes. Es wird ja ganz deutlich von Goethe gesagt, ein jeder kratzt und scharrt und sammelt und unsere Kassen bleiben leer. Das heißt also, die grundsätzliche Tendenz des Menschen ist zu akkumulieren. Das sind also oftmals uralte Fitnessvorteile, die im Laufe der Evolution für seine Existenz von Bedeutung waren, die aber in der kulturellen Evolution sich natürlich ganz besonders negativ auswirken, wenn es dazu kommt, wie im fünften Akt der Faust-Tragödie Faust selber das Akkumulieren von Kapital betreibt. Denn dort hat er nämlich drei Helfer, die im Grunde die Gier repräsentieren. Das ist der, die heißen Habebald, Raufebold und Haltefest. Das heißt, die Goethe hat die Affekte, die Entfesselung der Affekte, die im Zusammenhang mit der Kapitalisierung, Monetarisierung und Ökonomisierung unserer Gesellschaft einhergehen, gesehen hat, sie hat auch gegenüber 825, gegenüber Zelter gesagt, alles ist jetzt ultra, im Denken wie im Tun. Das heißt, er hat auch die Gier als ultra gesehen und hat sie als die Todsünde verstanden, an der im Grunde Faust auch zugrunde geht. Denn diese drei sind es, die seine Gier bedienen, indem sie Philemon und Bautzes erschlagen und auf diese Weise ihm diese lästigen drei Leute auf seinem Grundbesitz zusammen, übrigens mit dem als unerkannt gebliebenen Wanderer, der ja in der Mythologie Zeus selber ist. Das heißt, sie erschlagen auch gleichzeitig die Metaphysik bei dieser Gelegenheit. Die Gier ist also, kennt keine Grenzen und gehört mit zu den im limbischen System offenbar angesiedelten, in unserem Reptilien-Gehirn besonders virulenten Fitnessformen, mit denen wir in Form von Aggression und Sexualität im Laufe der Evolution groß geworden sind. Und die Entfesselung dieser Affekte war für Goethe das Zentralthema seines Lebens im Zusammenhang mit Spinoza. Spinoza hat ja eine riesige Affektenlehre geschrieben, die Goethe zutiefst interessiert hat, weil er darin das eigentliche Problem sah. Wenn Goethe heute Kanzler wäre, der Bundesrepublik nicht, was würde er angesichts des Umstandes, dass es heute der Aktienindex schon wieder um 6% gefallen ist, tun? Goethe würde mit Sicherheit diesen Satz reaktivieren, den es im Willermeister bereits gibt, wo er sehr stark überhaupt über die Frage des Entbehrens, das ist ja eine der großen Überlegungen der späten Goethe, wieder reaktiviert werden, die ja auch im Faust auftauchen. Faust ist ja verwünscht, ja verflucht, ja das Entbehren. Also alle Versuche, sich des Menschen zu mäßigen, sind ja das Zentralproblem, vor dem wir heute stehen. Er würde mit Sicherheit implementieren und als Motto ansetzen, der verständige Mann, das ist allerdings die große Voraussetzung, der verständige Mann muss sich nur mäßigen, um glücklich zu sein. Das heißt, Goethe würde wahrscheinlich uns lehren, dankbar zu sein. Das ist eine der Zentralprobleme, dass die Maßlosigkeit entsteht, weil wir nicht dankbar sind gegenüber dem, was wir schon haben. Das heißt, wir sind vergesslich gegenüber dem ungeheuren Reichtum, in dem wir eigentlich uns befinden, im Vergleich zu dem unendlichen Elend, in dem andere Teile in der Welt leben. Unsere Anspruchs- und Forderungsgesellschaft ist im Grunde eine gierige Gesellschaft, die keine Grenzen kennt und im Sinne des Ultra reagiert, wie es Goethe 1825 gesagt hat, alles ist jetzt Ultra im Denken wie im Tun. Keiner kennt sich mehr, keiner kennt mehr das Element, in dem er lebt und arbeitet. Was hätte denn Goethe mit Hedgefondsmanagern getan? Er hätte mit Sicherheit diese Leute zu sich gerufen und hätte mit ihnen darüber gesprochen, wie es denn möglich ist, dass man die virtuellen Werte, mit denen wir heute ja in den letzten 30 Jahren die globale Geldmenge vervierzigfacht haben, während die Warenmenge nur vervierfacht worden ist. Dass also diese Desynchronisation der Finanzwelt von der Realwelt, von der Realwirtschaft, dass die zurückgeführt werden muss. Wir müssen wieder Realität gewinnen. Goethe ist ja der größte Prophet der Realität, den wir überhaupt gehabt haben. Er ist der illusionsloseste Realist, den wir hervorgebracht haben. In diesem Sinne hat ja über ihn auch Nietzsche gesagt, er sei in der Geschichte der Deutschen leider ein Zwischenfall ohne Folgen. Er ist der größte Propheten.